Ja, ich grüße euch von ganzem Herzen. Hier ist die Doro Pesch und wir sind hier gerade Backstage und ich habe gerade die wunderschöne Ballade gehört, If Clocks Were Running Backwards von Kissing Dynamite, vom neuen Album und wow, ich bin total begeistert. Ich bin ein wunderschöner Song, wunderschön gesungen, wunderschön produziert und ich bin sicher, dass allen Fans das super, super gut gefällt und ich wünsche ganz, ganz viel Glück, Erfolg und viel Spaß, mega-Hit und ich finde es super. Eure Doro, macht's gut!